Thomas, vielleicht sollten wir zunächst mal noch über das Spiel in Dortmund sprechen, mit so ein paar Tagen Abstand, dass der Ärger langsam verschlugen? Ja, hilft ja nichts. Wir müssen uns ja aufs nächste Spiel konzentrieren. Dass das Ganze unglücklich war, ist keine Frage. Es wurde jetzt auch lang und breit diskutiert. Nichtsdestotrotz, glaube ich, sollten wir uns darauf besinnen, was uns in dem Spiel ausgezeichnet hat, was uns stark gemacht hat, viel Kraft daraus mitnehmen, weil wir doch eine sehr, sehr gute Leistung gebracht haben. Und ich glaube, jetzt gilt es auch wieder den Fokus Richtung Augsburg zu richten. Es ist schon angeklungen, in den Diskussionen der letzten Tage wurde viel über Videobeweis gesprochen. Haben Sie eine generelle Meinung dazu? Ja, generell mit den technischen Möglichkeiten, die man heutzutage hat, ist das sicherlich eine Idee, die man aufnehmen muss und wo man drüber diskutieren muss. Ich war mal bei einer Veranstaltung dabei, da wurden auch Sachen gezeigt, wie das in Holland umgesetzt wird. Von daher gibt es da sicherlich auch gute Ansätze. Es hilft sicherlich, in einer strittigen Situation. Nur muss man natürlich auch aufpassen, dass man das Spiel nicht zerpfeift und kaputt macht und den Rhythmus des Spiels bricht. Das wäre schlecht, aber alles was möglich ist an technischen Hilfsmitteln sollte man schon einsetzen, wenn es den Spielverlauf nicht stört. Das Spiel am Samstag jetzt gegen Augsburg, ist das für dich ein Derby? Ist das für dich das Derby für den FC Deutschland? Es ist ein Derby. Es ist ein sehr, sehr wichtiges Spiel. Ob das jetzt das Derby ist oder nicht. Ich glaube, das ist für unsere Fans dann eher entscheidender als für uns. Für uns geht es darum, das Spiel zu nutzen und nach Möglichkeit drei Punkte zu machen. Das sollte für uns im Vordergrund stehen. Dass es wahrscheinlich eine sehr gute Stimmung im Stadion geben wird, weil viele Auswärtsfans da sind. Keine Frage. Das sollte aber eigentlich auch die Spieler verfügeln. Nach dem Spiel jetzt in Dortmund besonders oder siehst du da die Gefahr, dass man vielleicht auch überdreht, weil man ja was besonders gut machen will? Ich glaube ich nicht. Also ich denke, wir sollten jetzt wirklich das Thema Dortmund auch abhaken und Kraft daraus ziehen. Wir haben eine sehr, sehr gute Leistung gebracht und sollten uns bewusst sein, mit einer ähnlich guten Leistung ist es sicherlich möglich, hier drei Punkte zu haben. Da braucht man nicht überdrehen. Da muss man nur gucken, dass man so ein normales Niveau erreicht. Was würde das bedeuten, wenn der FC Ingolstadt am Ende vor Augsburg steht? Also mir persönlich, in meiner Empfindung, würde es die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass wir die Klasse halten. Aber wenn Augsburg am Ende vor uns steht und wir halten trotzdem die Klasse, wäre es mir auch recht. Du kannst es sehr emotionsbefrei sehen, oder? Also weil die Ingolstädter Fans, glaube ich, die sehen das Spiel etwas emotionaler. Das glaube ich. Deswegen habe ich ja auch betont, dass es mit Sicherheit eine sehr ordentliche Atmosphäre im Stadion geben wird. Aber wie gesagt, wir müssen das eigentlich ausblenden. Für uns geht es auch um drei Punkte zu machen. Und daiku von der Klasse aus dem Stadion Partnership. In Cajunität des Stadion